Die Liebe In den Musicals von Stage Entertainment wird selbstverständlich nicht nur gesungen und getanzt, sondern auch geküsst, geküsst und geküsst. Wie romantisch. Aber Kuss ist nicht gleich Kuss. Es gibt schüchterne Küsse. Es gibt rockige Küsse. Ein bisschen leidenschaftlicher und gefährlicher kann's auch schon mal werden. Bei manchen will es nicht so recht klappen. Na? Na bitte, geh doch. Halt dich fest in deinem Wort. Alles geb ich dir. Und noch mehr dazu. Tja, und dann gibt es noch diejenigen, von denen man nicht wirklich geküsst werden will. Der Zwangskuss vom Tod. Naja, manche wollen von ihm doch geküsst werden. Fassen Sie auf, wen Sie da eigentlich küssen. Denn Küssen kann auch sehr gefährlich sein. Zum Glück sind ja nicht alle so verbissen. Und manchmal wird man sogar zum Frühstück eingeladen. Bei mir, dann wird man gleich hier.